... Rennsportveranstaltung bestimmt nicht werden. Wir haben Ihnen eben das Formel-1-Feld vorgestellt, haben die Fahrer praktisch aus ihrer Anonymität herausgeholt, in der sie sonst versinken in ihren feuerfesten Masken und in ihren Sturzhelmen. Und nun sitzen sie in ihren Wagen, sind auf der Strecke, sind in der dritten Runde, fahren auf identischen Automobilen. Das heißt also, dass hier bei diesem ersten Rennen auf dem neuen Nürburgring absolut die Fahrkunst entscheiden wird. Und an die Box, wie beim Grand Prix, geht jetzt Alan Jones, der Ex-Weltmeister aus Australien, der das Feld lange Zeit angeführt hatte, aber eine kleine Rauchwolke hinter sich herzog und möglicherweise einen Motorschaden zelebriert hat. Nun glauben Sie gar nicht, dass die sich hier irgendetwas schenken. Die Fahrer mit den großen Namen, wie der alte Zirkusgaul die Ohren spitzt, wenn er die Musik hört und die ihn dann in die Manege zieht, so ist das auch hier bei dem Altstars. Und sie werden noch einmal kräftig Gas geben, so wie sie das von jedem Augenblick angetan haben, als sie ihre Motoren in ihrem Wagen gehört haben. Ein erlesenes Feld. Sterling Moss, Jack Brebham, Carlos Reutemann, Hans Hermann, Alan Jones, Phil Hill. Phil Hill, jener Mann, der Wolfgang nach Berge von Trips, dem Star der deutschen Grand Prix-Piloten der Nachkriegszeit, bei dessen Unfall in Monza den Weltmeistertitel wegnahm. Debbie Halm ist dabei und John Surtis. John Surtis, siebenmal Weltmeister auf dem Motorrad und einmal im Ferrari-Formel-1-Rennwagen. Schauen Sie, wie Sie hier driften. Der Jody Checker aus Südafrika. Er war der letzte Weltmeister auf einem Ferrari. Und dann sind Niki Lauda dabei und Alain Prost, die beiden Teamkameraden aus dem McLaren-Stall. Und die behaken sich hier ganz schön. Nicht nur in der Formel 1 geht es um das Prestige, sondern auch hier bei dem Eröffnungsrennen auf dem neuen Nürburgring. Deutsche Fahrer Udo Schütz, dann Hans Hermann, der frühere Mercedes Grand Prix-Pilot. Nur zu Ihrer Information, meine Damen und Herren, nach den Aufzeichnungen, die Sie bisher vom neuen Nürburgring gesehen haben, sind wir nun bei diesem Rennen live dabei. Bei dem Rennen der 2,3-Liter-Vierzylinder-Einspritzer, dem Mercedes 190, also der gute, ja, ich würde wohl sagen, 185 PS abgibt und der Spitzengeschwindigkeit hier auf der Geraden von rund 230 kmh gestattet. Das heißt also, dass das gar nicht so langsam ist, wie das möglicherweise in diesen zivilen Autos ausschauen mag. Nach der vierten Runde haben wir jetzt Erdogan Sena da Silva aus Brasilien an der Spitze. Das ist ein ganz junger Mann in der Formel 1, der praktisch die zweite Klasse übersprungen hat, nämlich die Formel 2, der aus der Formel Ford in die Formel 3 kam und der als großes Nachwuchstalent gilt möglicherweise einmal als Nachfolger von Amazon Fittipaldi. Aber er hatte in Brasilien Schwierigkeiten beim Formel 1 Rennen und die Kondition war weg. Es war ihm zu heiß im Cockpit, doch der musste natürlich mächtig arbeiten in seinem Formel 1 und er hatte einen Blackout. Drei Tage Klinik, dann war er wieder fit und nun versucht er zu kommen und kommen tut er hier bei diesem Rennen. Sie sehen ihn an der Spitze. Die Fahrzeuge zweifarbig, einmal dieses Silbergold und dann dieses Mitternachts-Metalleffekt Blau. Sie sind gar nicht so einfach zu unterscheiden mit der Nummer 1, mit der 11, Erton Senna da Silva und sie sind auch schon einige Male hier über die Randbegrenzung hinausgerutscht, haben die Straße verloren, wie man so schön sagt und sind durch den ein wenig aufgeweichten Boden gefahren. Diese Fahrzeuge haben 16 Ventilmotoren. Das ist eigentlich die Bauart, die heute auch in der Formel 1 oder in allen Sport- und Rennwagen ihre Anwendung findet, aber bereits 1913 baute man solche Automobile und in der heutigen Zeit hat dieser 16 Ventiler den Vorteil, dass er sehr umweltfreundlich ist. Man kann den Motor höher verdichten und das heißt, man kann mit bleifreiem Treibstoff fahren. Man kommt also den Wünschen oder Forderungen der Ministerien entgegen und diese Bauweise wird sich mit Sicherheit auch bei jenen Fahrzeugen, und das sind ja auch welche, die Sie und ich fahren können, durchsetzen, die wir im normalen Straßenverkehr finden. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten dürften hier auf der Graden bei diesen Fahrzeugen bei ungefähr 195 Kilometer pro Stunde liegen. Natürlich ist das hier kein Maßstab, um gegen den Computer zu fahren, der das bisherige theoretische Limit ausgerechnet hat. Das werden dann die Formel 1 Wagen oder die großen Sportwagen tun. Dieses, so schön und so lustig das ausschaut, ist aber trotzdem harter Sport. Sie sehen das gerade wieder an jener Aktion von Kejo Rosberg, dem Ex-Weltmeister aus Finnland, der sonst in einem Williams Honda sitzt und der nun mit dem Vierventiler Mercedes-Benz gegen seine Freunde, gegen seine Kollegen aus der Formel 1 kämpft. Dabei sind, ich sagte es eben schon, Klaus Ludwig, der mehrfache deutsche Tourenwagenmeister und dabei auch Udo Schütz, zu seiner Zeit ein brillanter Sportwagenfahrer. Manfred Schurty aus Lichtenstein ersetzt dieses Feld der Formel 1 Stars. Und wenn ich eins sage, dann muss ich noch einmal die Nummer 1 nennen, Stirling Moss, der ja zusammen mit Hans Hermann, der hier die Nummer 8 fährt, in diesem Rennen, in den Jahren 1954 und 1955, zusammen mit Juan Manuel Fangio, der auch hier am Nürburgring ist, das Mercedes-Benz Werksteam bildete, zu dem dann noch Karl Kling gehörte und hier und da auch noch der Star der Vorkriegszeit, Hermann Lang. Ja, die haben einen ganz schönen Fahren drauf, hier in den Kurven und mittlerweile haben sie sich angefrontet mit der nassen Strecke. Sie fahren Slicks, die man leicht profiliert hat und Elio De Angelis fährt hier an die Box und das dürfte für den jungen Italiener das aus sein. Bei einem Rennen, das nur über zwölf Runden geht, da kann man sich natürlich einen Boxenstopp nicht leisten. Achtung, Senada Silva nach wie vor mit der Startnummer 11 in dem goldenen Mercedes-Benz an der Spitze des Feldes. An zweiter Stelle liegt jetzt schon Niki Lauda, der nicht trainieren konnte, denn er hatte einen Fernsehauftritt gestern und musste dem Ring ade sagen für einige Stunden und stand dann ganz hinten im Starterfeld. An dritter Stelle haben wir John Watson, das ist der arbeitslose Formel 1 Pilot im Augenblick, der langjährige Teamkamerad bei McLaren von Niki Lauda und hier haben wir einen Reifenwechsel und das ist natürlich sehr schön, dass wir das auch einmal sehen, nicht nur in der Formel 1 geht, da geht es natürlich sehr bewusst, weil man mit weichen Mischungen fährt und hier ist das einmal außerplanmäßig, der Wagen von Elio De Angelis hat also nunmehr, Sie sehen es am Profil, von Slicks auf Regenreifen gewechselt und das ist gut und klug so, würde das einige Runden weitergehen, also eine längere Distanz als nur zwölf Runden sehen, dann hätte der Italiener eine Chance, eine Aufholjagd zu starten und an dem Fels, dass doch zwei, drei Sekunden mit den Slicks langsamer fahren muss, wieder vorbei zu kommen. Das müsste noch einmal der Wagen von Elio De Angelis sein, Sie sehen den Italiener mit dem Sturzhelm und aus den schmalen Seeschützen seines feuerfesten Gesichtsschutzes beobachtet er nun die Aktivitäten der Mercedes-Benz Mechaniker. Natürlich zur Formel 1 Zeit, da konnten die das wesentlich schneller und besser, man wechselt heute im Grand Prix Zirkus die Reifen in 7,5 in 8 Sekunden, also 10 Sekunden, das ist ungefähr das Limit, aber das kann man natürlich von den braven Mechanikern, die hier an den Boxen bei diesem Rennen stehen, nicht erwarten. Mit der Elf nach wie vor Erton Senada Silva aus Brasilien, 24 Jahre alt, einer der Jüngsten im GP-Zirkus, der sich möglicherweise durchsetzen wird, vielleicht aber auch als Jungstar schon verlöscht. Wir haben es sehr oft erlebt in diesem Harkensport. Ja, Windschatten fahren können die im Augenblick hier noch gar nicht, weil sie einfach den Kontakt nicht haben und Geo Rosberg, der verliert immer ein Stück Straße. Er hat seine eigene Ideallinie hier und er bezieht die Wiese und die Sturzräume mit ein. Schauen Sie sich diese riesigen Sturzräume an, hier kann eigentlich gar nichts passieren, wenn sich ein Wagen mal herausdreht. Der Zuschauer ist mit Sicherheit geschützt und der Fahrer hat natürlich auch eine riesige Chance. In jeder Tasche, also seitliche Einbuchtungen, steht ein ONS-Rettungswagen, auch wenn es darauf ankommt, natürlich bei den großen Rennen und er ist in wenigen Sekunden bei einem verunglückten Automobil, um nachzuschauen, was ist. Kann ich helfen? Und er kann meistens helfen. Große Rettungsstraßen um den Ring herum besorgen dann mit den Sanitätsfahrzeugen oder den Hubschraubern das Übrige. Aber bitte daran wollen wir nicht denken. Achte Runde zu Ende. Achtung Senna da Silva, nach wie vor an der Spitze. Zweiter ist Niki Lauda. Sie sehen den Abstand, der Niki kann zweifelsohne da noch herankommen. Dritter John Watson und Vierter ist Carlos Reutemann, der Indianer, wie sie ihn nennen, einer der großen Fahrerpersönlichkeiten seiner Zeit. Schade, dass er vor einigen Jahren aufgehört hat und Husser hat er jetzt wieder über die Wiese. Das war James Hunt, der vor acht Jahren in Tokio gegen Niki Lauda Weltmeister wurde und der ja, sagen wir mal, ein sehr lustiges Leben führt und der sich vom Grand Prix Sport zurückgezogen hat. Hier war eine Entdeckung von Lord Heskis, der ihn irgendwo in London im Automobil beobachte und ihn einfach in seinen Sport, in den Formel 1 Sport holte und der es da bis zum Weltmeister bebrachte. Er hat viel Geld verdient, der James und davon lebt er nun, spielt ein bisschen Golf und lässt es sich gut sein. Achtung, ein Personelruf, Herr Peter M. Stoll, Konsul, bitte kommen Sie dringend in Start und Ziel raus, in den Liebhaus. Peter M. Stoll, bitte kommen Sie in den Liebhaus. Danke. Peter M. Stoll, jetzt im hautnahen Kampf und jetzt ist John Watson auf der Wiese, war schon an Lauda vorbei, hatte aber wahrscheinlich die Ideallinie nicht erwischt beim Überholen und hatte zu viel Druck. Peter M. Stoll, jetzt ist er hinter dem jungen Brasilianer, Niki Lauda wieder auf Platz 2, ihren Watson 3, dann Carlos Reutemann auf Platz 4 und dann schon Alain Prost auf dem fünften Rang und sechster ist Jacques Lafitte. Der kleine, immer lustige Franzose mit empfiffigem Gesicht und den ewig lachenden Augen, der hier eine gute Figur macht, aber das tun sie logischerweise alle. Phil Hill hat die Startnummer 14, mittlerweile 54 Jahre alt, mit Mario Andretti, der einzige amerikanische Formel 1 Weltmeister. aus dem Jahre 1961. Die Wagen sind natürlich sehr schön sauber gewaschen und poliert, an den Start gebracht worden, aber das unwirsche, regnerische Wetter und die Unreinigkeiten und Unsauberkeiten auf der Straße haben doch nun schon ihre Spuren hinterlassen. Man kann die Namen kaum mehr erkennen und die Startnummern, die hinten auf dem Hex sind, auch dicht. Und da springt einer fröhlich über diese Knabberkante hinweg, hat den Wagen aber abgefangen und das war Senna Dasselwar. Jetzt wieder ein hautnah-Kampf zwischen Reutemann und Jones. So, wir haben jetzt zehn Runden gefahren, also zwei noch. Das ist hier Start und Ziel. Ja, und da raucht einer, zieht also eine Ölwolke hinter sich her. Das könnte Niki Lauda sein. Zumindest würde mir das sein Adress sagen. Ja, es ist Niki Lauda. Niki Lauda im blauen Anzug. Und, ja, er fährt reichts ja aus. Nein, noch nicht. Er merkt es wahrscheinlich noch gar nicht. Sonst hat er natürlich ein unheimliches Gespür für das, was sein Wagen macht. Aber der Wagen von Alan Jones rauchte in der ersten Phase dieses ersten Rennens auf dem neuen Ring auch ein wenig. Aber der ist natürlich jetzt wieder vorne mit dabei. Vielleicht schwappt ein wenig Öl über. Das heißt, die Ingenieure und Konstrukteure von Mercedes, die dieses Rennen beobachten, können dann möglicherweise einen kleinen Fehler entdecken und beheben. Alle Grand Prix-Piloten, nur die Prominenten, die wir Ihnen vorgestellt haben, haben übrigens in den letzten 25 Jahren hier auf dem Nürburgring, und zwar auf der Traditionsstrecke der alten Nordschleife, schon einmal ein Rennen gewonnen. Und dem Out jetzt Alain Prost aus Frankreich. Jeder Mann, der in diesem Jahr schon zwei Formel-1-Rennen gewonnen hat. Ja, ich sagte, das war Alain Prost, der draußen war, aber Sie haben es gesehen, er hat sich wieder in Marsch gesetzt. Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. So, wenn die Wagen jetzt hier bei uns zum Start- und Zielbereich kommen, dann haben Sie die letzte Runde vor sich. Und Sie sind doch schon ein wenig weit auseinandergezogen im Augenblick. Und an der Spitze Sena da Silva, dann Niki Lauda, Carlos Reutemann, Alan Jones, dann Keio Rosberg und Jacques Lafitte. So gehen Sie in die letzte Runde. Und man sieht, ob Sie sich noch einmal attackieren. Jack Brebham kam hier vorbei, Black Jack, der sein letztes Rennen übrigens in Monte Carlo fuhr, 1971 klar in Führung lag. Und sich dann in der Gasometer-Kurve verbremste und Jochen Rendt aus Österreich, der diese Chance erkannte, zog vorbei, gewann den monagassischen Grand Prix und im gleichen Jahr auch die Fahrerwerksmeisterschaft. Die letzte Runde im ersten Rennen auf dem neuen Ring. Nach wie vor an der Spitze Sena da Silva. Das wundert mich eigentlich, wie der junge Mann sich hier gegen die etablierten Piloten behauptet. Aber der ist natürlich noch käs und bissig und noch heiß. Und das heißt schon etwas, wenn er dieses Rennen hier als erster beendet, er wird in die Geschichte eingehen, in die Geschichte dieser neuen Grand Prix-Strecke. Genauso wie Rudolf Caracciola, der das Eröffnungsrennen auf der Nordschleife 1927 auf einem Mercedes-SSK gewonnen hat. Sind in der Schikane. Driften dort durch. Mit leichtem Anstellwinkel. Und da kommt Sena da Silva. Niki Lauda ist zweiter, dritter Holtemann. Und dann ein Kampf zwischen Keio Rosberg und John Watson um den vierten Rang. Das heißt also, sie haben schon eine ganze Menge daran getan. Jack Breben ist durch. Jetzt auch Elio D'Angelis. Dann kommt Klaus Ludwig, unser Fahrer aus Bonn. Und dann haben wir und Sie zu Hause und die 120.000 Zuschauer hier auf dem neuen Nürburgring, auf der neuen Grand Prix-Strecke ihr erstes Rennen erlebt und gesehen. Wir geben nun zurück nach Hamburg zum NDR. Bis zum nächsten Mal.